So wie ich jetzt rede, ist es eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Das ist ein guter Tag, um Filmgeschichte zu schreiben. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Das ist ein guter Tag. 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 Vielen Dank.